Auf diesem Feld wächst das königliche Gemüse, der Spargel. Seit Ostern erntet hier Christian Schiebel kiloweise seinen Pörnbacher Spargel. Den verkauft er aber nicht nur an die Kunden aus den Nachbargemeinden, sondern auch bei uns in München. Schon als Kind hat er auf dem Spargelfeld mit angepackt und weiß deshalb, worauf es ankommt. Wichtig ist, dass er eine schöne glatte Schale hat, dass er normal gerade gewachsen ist, dass er keine nicht viele Steine oder sonstige Hindernisse drin hat, wo er dann langsam wachsen, dass er einfach zügig wegwachsen kann. Dann hat er eigentlich ein schönes, gutes Aroma. Ob mit Schinken und Sauce Hollandaise, als Suppe oder als Salat, es gibt unzählige Varianten und Rezepte für den Spargel. Das Gemüse besteht aber größtenteils aus Wasser. Also woher kommt der unverkennbare Geschmack? Die Böden sind relevant, so wie man es hier ein bisschen sieht. Man hat natürlich ein bisschen das Problem, dass man dann auch mit dem Wasser, also wenn Niederschläge sind, zu kämpfen. Aber wenn er einen gewissen Schluffanteil hat, wenn er nicht ganz sandiger Boden hat, aber wenn er ein bisschen Schluffanteil hat, das bringt ein bisschen mehr Würze, ein bisschen mehr Geschmack. 160 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten in dem Familienunternehmen. Zu Höchstzeiten werden auf diesem Feld 300 bis 400 Kilo Spargel pro Tag geerntet. Wie so vieles hat auch der Spargelpreis in den letzten Jahren stark angezogen. Der Grund, die steigenden Energiekosten und die Mindestlohnerhöhung. Klar ist aber auch, die Spargelernte ist harte körperliche Arbeit. Worauf kommt es denn beim Spargelstechen an? Also ich kann mir das auch vorstellen, wenn man da vielleicht falsch sticht, dass der dann vielleicht auch bricht, oder? Da kann man sehr viel auch kaputt machen. Aber wenn jemand gut geübt ist, angewiesen worden ist, dann ist es so, dass man den Spargel zuerst gut absticht mit dem Stecheisen. Und dann, wenn man dann mit der Hand greift und nimmt, dass er schon abgestochen ist. Neben dem klassischen weißen Spargel gibt es aber auch den grünen, der von Jahr zu Jahr beliebter wird. Der weiße Spargel wächst ja im Boden drin. Er soll ja kein UV-Licht nicht bekommen. Und somit bleibt er weiß und beim grünen Spargel ist ja gerade dann das entgegengesetzte, dass er in die Sonne reinwachsen wird und somit er dann grün wird. Was ist Ihr Lieblingsspargel? Lieber weißer oder lieber grüner? Der grüne ist schon sehr lecker. Der ist sehr aromatisch, er hat ja schon mehr Inhaltsstoffe und ist eigentlich schon ein kleiner Favorit. Für den frisch gestochenen Spargel geht es nach der Ernte in die Verarbeitungshalle des Betriebs. In verschiedenen Stationen wird er dort gewaschen, gewogen und gekühlt, bevor er weiterverarbeitet wird. Jetzt wird er aussortiert, jetzt wird er hier aufgelegt. Und dann werden manche grobe Sachen noch mit raus sortiert, vorher schon. Und dann wird er grob einmal abgeschnitten. Dann kommt die Wäsche und weiter vorne durch den Rechner, also zwei Kamerasysteme, wird er dann sortiert. Die Spargelzeit geht noch bis zum Johannestag am 24. Juni. Bis dahin kann das königliche Gemüse noch in vielen Variationen auf unseren Tellern landen. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.